Oh, Aussitzen Deluxe 2.0 Kommst du nicht zum Festival, kommt das Festival zu dir. Die Neustart auf deiner Couch. In deinem Wohnzimmer. Im April, Mai und Juni, immer Montag bis Freitag auf Kolo Radio oder YouTube. Hallo zusammen, wir sind hier in der Galerie Neuropa, der Ladengalerie ist kulturaktiv, e.V. in Dresden, am Kulturverein, der seit ungefähr 20 Jahren in der Neustadt aktiv ist und auch Leute in der Gegend rumschickt. Insbesondere viel in Osteuropa, nochmal insbesondere auf dem Balkan. Und wir sind sehr froh, heute Teil von Aussitzen Deluxe, der Ausgabe 2.0 zu sein, die situationsbedingt ganz tolle Videos machen, um die Zeit irgendwie zu überbrücken und neue Impulse zu setzen, und wir sind froh, heute dabei zu sein. Wir haben den Ravier bei uns. Der Ravier ist seit fünf Jahren ungefähr in Dresden hängen geblieben, ein junger, aufstrebender Regisseur. Und wie es der Zufall so will, hat er einen Film gemacht, tatsächlich in der Region, in der wir auch viel machen oder gemacht haben, was wir momentan auch nur eingeschränkt tun können, nämlich den Balkan. Und er hat einen Film gemacht, der nennt sich Balkan Beasts, über die dortige, ich sag mal, alternative Rock-Szene, wobei Rock natürlich wirklich sehr dehnbar ist. Und den Film gibt es jetzt zu sehen. Und vorher würde ich gerne ein paar Fragen noch an ihn richten, zum Film an sich. Aber du kannst dich selber erst mal kurz vorstellen und Hallo sagen. Genau. Hallo, danke für die Erladung. Ich bin Javier Supremazas. Ich komme aus Spanien, aber ich bin hier seit fünf Jahren in Dresden. Und ja, heute schauen wir Balkan Beasts. Sehr gut. Eine kurze Frage. Wir haben den Film gesehen, ich fand ihn auch sehr unterhaltsam. Wie bist du auf die Idee gekommen, auf die Intention und vielleicht direkt danach lief das ungefähr so vor Ort? Also die eigentliche Produktion, wie du dir es vorgestellt hast, war das sehr durchgeplant oder war das tatsächlich, wie die Musik, eher sehr Punkrock, sag ich mal, und sehr spontan? Die Idee habe ich schon vor fünf Jahren gehabt. Ich habe eigentlich noch ein Doku gemacht in diesem Format. Nicht das Gleiche, aber ungefähr. Das ist ungefähr, ich mache einen Deal mit einem Band. Ich mache ein Musikvideo, kostenlos natürlich, für diese Band. Und der Deal ist, danach bleibe ich eine ganze Woche mit dieser Band und ich filme die ganzen Proben, wie das Leben ist in diesem Land. Wie ist eine Band in diesem Land zu haben? Das habe ich in den Nordrhein-Westländern, in Finnland, Norwegen, in Schweden. Genau, mit sieben Bands, habe ich gemacht. Diese Doku ist schon raus, seit fünf Jahren. Aber dann, danach habe ich gedacht, ich möchte gerne nochmal das machen, aber woanders, wo die Situation ist, ganz positiv ist, sozusagen. Weil in den nordischen Ländern gibt es viel Kultur, viel Geld, aber in den Balkan ist es total anders. Und ich wollte andere Stimmungen zeigen, ja. Und es ist total anders, ja. Genau, das heißt, ich habe zwei Musikvideos für zwei Bands gemacht, eine Band aus Kosovo und die andere aus Nordmazedonien. Und dann bin ich dort geblieben, zwei Wochen, und habe ich alles gefilmt, alles, was ich gefunden habe, gefilmt, Proben, Konzerte, Ausgehen, und ich habe sogar mit den Bands gewohnt. Also, das war ganz nah, kann ich sagen. Okay, super. Also, wir können das ganz gut nachvollziehen, dass es sehr reizvoll ist, das in so einer Region zu machen. Also, wir halten auch ganz gute Kontakte nach Skopje, die auch Partnerstadt von Dresden sind und besuchen da Musikkonferenzen. Deswegen hat uns das auch sehr gereizt. Noch eine Frage, denke ich, die auch viele, ich sage mal Kultur oder vor allem Filmschaffende interessiert. wie sich die ganze Geschichte finanziert hat. Das heißt, ob du irgendeine finanzielle Unterstützung bekommen hast. Genau. Ich wollte, also die originale Idee war, Unterstützung, Forderungen zu bekommen hier in Deutschland. Aber ich muss sagen, ich bin nicht sehr gut damit. Vielleicht wegen der Sprache oder ich kenne nicht so gut die ganze Institutionen hier. und dann habe ich gedacht, egal, ich mache es ohne Geld. Ich gehe allein mit meiner kleinen Kamera, wo noch eine alte VHS-Kamera eigentlich. Und ich mache es allein, ohne Drehbuch, ohne nichts. Wenn gar nichts rauskommt, mir ist es egal. Ich mache es bei Musikvideos für zwei Bands und ich kenne neue Leute, lerne. Und das habe ich gemacht. Und am Ende, ich glaube, hat etwas herausgekommen. Aber ja, ich habe es ohne Geld gemacht. Zero Budget. Okay, vielen Dank. Dann denke ich, gucken wir uns jetzt erst mal an, was dabei herausgekommen ist. Machen wir, ja. Machen wir. Dann viel Spaß und schönen Dank schon mal. Dankeschön, viel Spaß. Vielen Dank. Stemm ist eine Band created in 2017, something like that. Es ist eine Metal Band und wir versuchen, zu haben, zu machen, zu machen, Basically, ich bin Schlem, aber wenn ich eine Band mit Artea und wir haben andere Band-Members, haben wir entschieden, zu nennen es Schlem. So, jetzt ist es eine Band Schlem. Wir spielen, wir spielen, wir spielen, etwas mit Metal, mit Funk, Punk. Hardcore, metal, a bit of sludge, and whatever we feel like playing, man. I grew up with this kind of music, like the freedom to bounce around, to jump. A way to express myself and be someone who I felt comfortable with. This place is our garage. We practice here, we have fun here, we enjoy ourselves here, but mostly we play music and compose in it. We are moving the equipment to the studio. Moving, I like the word, moving. We are doing a session today. Sober. You is a band formed four years ago by three people. We want to play sad music, but on the other side we also want to bring some joy. Mostly just a punk band from Skopje. It was a long day, but I think it was great. Because from what I have heard, sounds perfect. It was a good session. I love sharing these kinds of moments with people, like we just met and get us closer together with them on every level possible. Thank you so much. The last album, I mean released it was in 2017. It's time for new stuff. Finding the time to make some music, it's also a process for us. It's good that we have still Tito here. And this is where you record your stuff, in metal office Tito. Yeah. I think some of the people from Scandinavia can be a bit jealous because they don't have a place that is cold like this. Please cut this part. Yeah, cut this. I have no idea. War. I don't know. It was a fight, a war for borders. Well, I was born right after the war. As far as I've seen and heard, there's been many fucked up cases. It has definitely touched a lot of people in Kosovo, especially from like the countrysides and small cities. But the youth is holding strong. It was a filthy war, I guess. Political war. Yeah, most of the time we're waiting for something to happen because everyone has a life and they have to have a life because living in Kosovo is pretty, you know, hard level. It's not easy at all. It's some kind of escape from reality, from the routine. Some of us drink, some of us smoke, some of us play, some of us go out. I don't know. Some of us drink. Some are happy. Some of us try it. It's just making our own cream cheese. One, two, three, four, three, four, four, five. One, two, three, four, five, six, five, six, six, one, four. Wenn wir eine Song in Albanien machen, und wir brauchen eine Sprache, eine Sprache zu sagen, dann benutzen wir einfach ein paar Englische Sprache. Dann werden wir Albanglish, ich glaube. Ready, Talia? Judge Kastrioti, George cast the riot. George, the pilot of the riot. Hack and Slash, the religious giant. Cushing on my aunt. Teria, Cushing on my aunt. Not us. We live and drink to forget the future. We live and drink to forget the future. Although we don't drink. But Albanians do. If you want to play music in Macedonia, it's very expensive. Because the standard is very low and the instruments are, like the prices are very high. I know I had a hard time getting my first drum set and buying all the equipment that I have today. It really is a struggle for people, for people who are working here and have a minimum wage, you know. Like my wage is not that big, so I can afford like a very good equipment, but at the same time, that's why we always have second hand. What is it? It's my hair. 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 Hair? Yes. This is where everything started. It looks better on the computer, but this is something that is just like thinking how I want something to look like, but I'm not sure. Because the drums connected me with like the music scene and everything. The will to work in the music industry, to be part of different kinds of organizations, to go on tour. So if I didn't have the drums, I would probably be stuck in the office with a boring job. I kind of love it, but the only bad thing is the mentality of the people here. Because of so many wars that happened here, I kind of stuck with the primitive ways of their living, their thinking, and we try to keep it positive and surround ourselves with positive people. It's pretty messed up right now, but I have hope for the future, especially for the youngsters, a new generation. It's fine if you're rich. I like it here. I don't like the people. The people are stuck in the 15th century. Most of them. But it's fine, I guess. I have no other choice to stay here. Would you go if you could? Somewhere else? Yeah. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 And just after Flufffest, everyone gathered around in front of the jumps and we just hug. People still try to survive every day. Even with 200 Euros in the month and still be happy. Give me the camera and say... I would love to hear that answer! What do you like the most about Tavia? The bands here, they mainly fight to survive und weitergehen. Wir haben hier ein paar Musikerische Musiker, die von der Metal-Szene sind, und ich glaube nicht, dass wir uns das nicht verlassen werden. Warum nicht nur die Leute auf dem Tisch nehmen, gehen in eine fucking Garage oder irgendeine Studio, und beginnen zu spielen, oder zu spielen, stattdessen zu sitzen. Just denken. Was sind deine Lieblingsfavorite Musiker? Was machst du? 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 Was denkst du die Unterschiede zwischen unserer Band, die es in den Balkans hat, und den anderen Banden, die es in den Balkans hat, insbesondere in den EU? Die anderen Länder, ich denke, sind eher entwickelt, und sie haben easy accesses zu travel und tours, und wir haben die Borders, und wir leben nicht so close zu anderen Ländern, die wir können auch promote ourselves, wie oft auch andere Bands. Und da sind nicht viele Valkom-Bands Touring, so, ich denke, Promoters, nicht wollen, weil sie nicht sicher sind, weil sie nicht sicher sind, wenn jemand kommt, oder jemand weiß diese Band, ich denke, oder... Die meisten von ihnen wissen, wo ist Macedonien, und so, 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 so. If we learn something from this struggle that we have for 30 years is that bad days will always come and go, but, if you are working constantly, I think you will always be grateful when the sunshine arrives. next question. Do you like being filmed or being... or just being? I like being. I like being. I should get it, it brings in or not. So, wunderbar. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir. Wir sind nochmal ganz kurz da, ich und der Ravier, weil wir gerne im Kontext jetzt ein Jahr später, also der Film ist jetzt über ein Jahr alt, nochmal einen Bezug schaffen wollen zur jetzigen Situation, zur Corona, etc. pp, wie die Situation ist, und wir haben uns zwei der Bands rausgesucht, die so freundlich waren, uns nochmal Rede und Antwort dazu zu stehen, nochmal ein bisschen Musik von sich zu bringen, wie eine Art Update, wie es jetzt ist, wie die Situation ist, wie sie damit umgehen und genau, dann wünschen wir euch einen wunderschönen Sommer, bleibt gesund, bis dahin, ciao. Ciao. Hi, I'm Artea, und I am the bass player of the Band Slam. I'll be representing the whole band, and I just want to talk about how it has been being a band, especially in this genre, in such a small country. It has had its ups and downs and it was great. It was mainly great and it's a great opportunity in a way, to kind of represent my country in something that I love doing. and yeah, it has been a rocky road and it's been, especially with like the pandemic and everything that's going on, but in a way, it's been a good experience and I love the band, I love the genre, it's been great seeing how the audience is also growing and people are getting more into it and there's more, like newer bands and it's going pretty good. And I really want to thank Javier for just being amazing with us, giving us this opportunity to like kind of put ourselves out there and ruin his documentary, but it was a great journey. Javier is a great, a great guy and he is really good at what he does and I just want to thank him for just bearing with us. So, thank you very much. Hi everybody, my name is Marko, I am the guitarist and the vocalist of the band called Yo. Hi, my name is Teika and I play drums. Hi, I am Eric and I play bass guitar in the band Yo. The filming process with Javier was very smooth and very easy going since he is a very chill person and we had a lot of fun with him and thank you Javier once again for giving us this opportunity to be in your documentary. I had a lot of fun hanging out with Javier. I showed him my place of work which is the Youth Cultural Center here in Skopje. I walked them through the venues that we have here for concerts and theater acts and films and he really enjoyed it here so we decided to make this video here as well. Being in the band in the Balkans it's not any different than having a band in any other place in the world. It's definitely challenging when it comes to crossing the borders and going on tour but as you can see we somehow managed to do that. It has some obstacles like for example the preparations that we are having before going on tour we have to have a document for our equipment called Datacarnet and we have to show it to the customs on each border that we are going through. The coronavirus affected everyone but it didn't affect us that much as a band since this is what we do as a hobby but we use this time to finally be 100% focused on our new album that it's coming out in 2022. Hopefully. It only helped me to think more about the new material that we are preparing. Mostly I was trying to add some visual also for the new album that we are preparing. Hopefully. Hopefully. As soon as the COVID situation ends we will go on tour and our audience could see our full audio and visual experience. I just want to say thank you for all of you who will be watching this documentary. Hope you will see some of the stories and some of the obstacles that we have. But I hope also that you will see this documentary more as a way to see how it is to be a band from the Balkans but also not in a way that we are complaining or we are whining about it. But mostly to see that even though we have these obstacles we are still functioning as a normal band from any other country. We are you. Thank you for watching this documentary and we hope you like it. And we hope to see you in the next life. Oh, Aussitzen Deluxe 2.0 Aussitzen Deluxe 2.0 Aussitzen Deluxe 2.0 2.0 Kommst du nicht zum Festival? Kommt das Festival zu dir. Die Neustart auf deiner Couch. In deinem Wohnzimmer. Im April, Mai und Juni immer Montag bis Freitag auf Kolo Radio oder YouTube.